Schaut mal, das wird jetzt ein kurzes Video, unter Anführungszeichen kurz auf drei Teile. Ich möchte euch da das gewöhnliche Seifenkraut zeigen. Ich habe leider keine Schafe mit, somit fange ich jetzt um die Zöne an. Uh, da ist wieder dieses Viecherl, was ausschaut wie ein Kolibri. Ja, und es wird an Autos vorbeifahren können. Zumindest da, wo ich jetzt gerade bin, das ist eine Straße, wo ein Garten ist. Ein Seifenkraut hat seinen Namen nicht ohne Grund. Es ist ein Waschkraut genannt worden oder wird es auch aus Hausnamen so genannt. Es ist so, dass in den Wurzeln und auch in den Blüten, das sage ich dann auch kurz her, seifenähnliche Stoffe hat. Also wenn man die mit Wasser in Verbindung bringt und Reibung, dann entsteht tatsächlich ein Schaum. Und es weist dann eine reinigende Wirkung auf. Zum Essen ist die Pflanze nichts für uns, also ist giftig. Es ist mehrjährige Pflanze und es ist einfach, ich habe einfach meine Schafe nicht mit, aber schaut es einmal. Es findet rege vegetative Vermehrung statt. Heißt unter der Erde, also die Pflanze selbst hat eine rübenförmige Wurzau, also so wie Karotte auf die Art, aber es gibt eben auch Verzweigungen, die was da unterirdisch griechen, die können, wenn das schon ein längerer Bestand ist, richtig fingerdicke Wege sein und dann kommt immer wieder einmal eine neue Pflanze zum Vorschein. Also das heißt, alle was wir da sehen, die können auch miteinander zusammenhängen, so gesehen auch Pflanze sein. Schauen wir mal. Ja, also mit einer Schafe geht das einfach immer besser. Ich habe es gehört, also es ist mir einfach gebrochen. Und das dürfte auch noch ein jüngerer Bestand sein. Also das Ganze kann auch wesentlich dicker ausschauen. Macht aber jetzt nichts. Ich bin ja schon ein wilder Hund, weil ich reiße da einfach einen garten Pflanzen aus. Aber Sie werden mir es verzeihen. Da habe ich was ausgerissen, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Und das weiß ich, ich drücke kurz auf Pause. Ich erzähle da nicht gleich weiter. Ich weiß nämlich, da wo ich hingehe, ist erstens Wasser und noch ein Stand. Wir sehen uns gleich wieder. So Schatz, da bin ich wieder. Da da. Das ist alles Seifenkraut. Dann geht da jetzt der rum. Da kann man ein bisschen Werbung machen. Schön ist es an der Steuer und an der Enns. Schaut. Die Blüten selbst. Die können fast weiß wirken. Oder schon fast dunkelrosarot. Also das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist von Standort zu Standort verschieden. Die größte seifige Wirkung hat eben die Wurzel. Beziehungsweise habe ich aber auch festgestellt, dass die Blüten ganz gut funktionieren. Was nicht funktioniert, sind die Blauen. Also die Blauen selbst, die machen dann nicht sauber. Ich habe, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wir schaffen nicht mit. Aber macht jetzt nichts. Schaut, wir nehmen da jetzt einmal Blüte. Ja, viel brauche ich nicht zum Herzeigen. Ich nehme jetzt einmal Blüte mit. Es ist schon so, zumindest sagt das auch Wikipedia. Eine andere Quelle habe ich da jetzt leider nicht. Dass die nach wie vor, erstens ist es im medizinischen Einsatz, also schleimlösend, wie immer. Ich bin kein Mediziner. Ich sage jetzt nicht, ihr könnt selber was draus basteln. Würde auch nicht machen. Aber es wird auch kultiviert, angebaut in verschiedenen Ländern und dann genutzt die Stoffe für was auch immer. Also zum Teil im medizinischen Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Teil auch sogar in der Lebensmitteltechnik. Und auch in der Waschtechnik wird es benutzt zumindest. Ich weiß nicht, ob es dann in Bioläden irgendwelche Waschmittel gibt, die auf Seifen gerade passieren. Weiß ich jetzt auch nicht. Sollte jetzt auch wurscht sein. Ich zeige euch dann einmal. Schauts, ich kann dann wirklich große Hänge besiedeln. Gesundheit. Da ist sonst keiner da, muss ich selber Gesundheit sagen. Und jetzt schaue ich mit euch zum Wasser. Ich drehe da noch einmal kurz ab. Und nachdem ich nur zwei Hände mithabe, werde ich die Blüten da jetzt schon aufschäumen. Und dann zeige ich euch zumindest in einer Hand, wie das schäumig ausschaut. So, jetzt hoffe ich, dass man das ein bisschen sehen kann. Das da, ja, da sieht man die Schaumblaserl schön. Also sogar in den Blüten sind so seifige Stoffe. Wenn man da ein bisschen rübelt, dann schäumt das auf. In der Slowakei habe ich jetzt noch einmal schnell nachlesen können. Da ist mal Pause drücken, auch gar nicht so eine schlechte Idee bei so einem Video. Wird scheinbar zum Teil noch heute zum Waschen eingesetzt. Da wird es aber eben so gemacht, dass Wurzelstücke, beziehungsweise Rhizomstücke, angeschnitten werden. Und da tritt dann einfach diese seifige Substanz aus. Und mit dem wird dann die Wäsche einfach eingrieben. Also für mich persönlich hat es einfach keine Bedeutung, ein Seifenkraut, außer dass ihr es gut erkennt. Ja, da schwimmen sie jetzt so mit Schlußaufnahme. Was ist denn eine gute Schlußaufnahme, wenn man sich ein Greil weggekaut hat? Ja, für euch. Also ich winke einfach Seifenkraut. Kennt sie jetzt. Ihr könnt da einmal experimentieren mit selber aufschäumen. Und wenn ich einmal wieder mit einer Schafe unterwegs bin, dann werde ich auch ein Wurzelvideo nachreichen. Für euch dabei.